Ich heiße Kada Hotic und werde Mai 65 Jahre alt. Ich heiße Ramisa Gordic, ich bin Jahrgang 1953. Mein Mann war in Kroatien stationiert. Ich bin dann zu ihm gezogen. Ich habe zwei Kinder. Mein Sohn Samir kam 1966 in Kroatien zur Welt. Meine Tochter Leila wurde 1974 in Srebrenica geboren, nachdem wir dorthin wieder zurückgegangen waren. Ich bin in Wiesegrad geboren. Ich habe 1971 in Srebrenica geheiratet. Ich hatte bereits einen Sohn. 75 brachte ich meinen zweiten Sohn Mustafa zur Welt. Ich habe ihn erst 2005 beerdigt. Und dann bekam ich 1988 noch meine Tochter Samir. Ich lebe jetzt mit ihr zusammen. Der Krieg brach 1992 aus, nach diesen schönen Jahren. Ich habe den ganzen Krieg in Srebrenica verbracht. Zusammen mit meinem Sohn und meinem Mann. Meine Tochter studierte in Tuzla. Wir überlebten mehr schlecht als recht. Bis 1995. Zumindest wurde nicht gekämpft. Als die große serbische Offensive startete, verließen die UNO-Soldaten ihren Posten in Srebrenica. Sie verließen die Schutzzone und kehrten zur Basis des holländischen Bataillons zurück. Das war in Potokari, auf dem Gelände einer ehemaligen Fabrik für Autobatterien. An dem Morgen hörte ich Radio, einen serbischen Sender, einen anderen gab es ja nicht. Sie sagten, sie seien bereits in Bratunak und würden Srebrenica besetzen. Sie sagten, sie würden die Stadt zerstören und niemand käme lebend heraus. Mladic sagte das. Es hagelte regelrecht Granaten. Eine explodierte direkt vor der Post. Ich wohnte genau daneben. Zusammen mit meinem Sohn und meinem Mann bin ich geflüchtet. Wir hörten, wie die Serben grauenhafte Lieder über die Muslime sangen. Sie schossen, brannten alles nieder und die Menschen flüchteten. Diejenigen, die davon ausgingen, dass die UNO uns nicht helfen würde, flohen in den Wald, um dort zu verschwinden. Aber die meisten gingen nach Potokari. Wir wollten nach Potokari, aber ich traf meinen Schwager, der mir erzählte, dass die serbischen Soldaten bereits dort seien. Er riet meinem Mann und meinen Söhnen durch den Wald zu fliehen. Ich wollte Mustafa bei mir behalten, aber das konnte ich nicht. Wir trennten uns an einer Kreuzung und mein Sohn sagte, Mama, ich werde dich nie wiedersehen. Mein Sohn und mein Bruder Mustafa machten sich auf in den Wald. Es war so chaotisch, ich hatte nicht einmal mehr Zeit, meinem Sohn auf Wiedersehen zu sagen. Er war schon zig Meter entfernt, als ich ihm zurief, sah mir, viel Glück. Ich sah ihn nur noch von der Seite, er winkte mir zu und dann war er weg. Ich habe ihn nie wieder gesehen und seine Leiche habe ich noch immer nicht wiedergefunden. Am nächsten Morgen kamen die serbischen Soldaten von überall her, aus Srebrenica und aus anderen Dörfen. Als Kristic und Mladic eintrafen, nahm ich meine Ohrringe ab, auch meiner Tochter nahm ich den Schmuck ab und unsere Ringe. Leute mit Kameras kamen, Mladic war da. Die Serben fingen an Bonbons an, die Kinder zu verteilen und dann Wasser und Brot. Aber das ging nicht lange, bis die Kameras ausgeschaltet wurden. Ich stand ziemlich nah neben Mladic. Er war von fünf oder sechs Soldaten umgeben. Er war sehr stolz. Er sagte zu ihnen, meine serbischen Brüder, nutzt diese Situation, so etwas werdet ihr nie wieder erleben. Der Abtrittswort begann. Fahrzeuge, Busse und LKWs kamen. Sie standen hintereinander auf der Straße. Die Leute gingen sehr langsam auf die Busse zu. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit meinem Mann und meiner Schwester gewartet habe, bevor wir überhaupt in die Nähe der Busse kamen, in die wir einzeln verfrachtet wurden. Ich habe 38 Angehörige verloren, darunter meine zwei Söhne, mein Mann, mein Schwager, sein Sohn, meine Schwägerin und ihren Sohn. Ein Soldat kam zu uns und hielt meinem Mann den Lauf seiner Waffe in den Nacken. Er nahm ihn mit zu einem Maisfeld. In dem Moment spürte ich nichts mehr. Ich hatte keine Angst, ich war nicht traurig, ich war vollkommen leer. Ich sagte nichts. Ich stieg mechanisch in den Bus und wir fuhren los. Erst in dem Moment, in dem der Fahrer die Musik anstellte, wurde ich wütend. Ich kann diesen Henkern nicht mehr vertrauen. Ich kann ihnen nicht mehr glauben und ich werde ihn niemals vergeben können. Das ist unmöglich.